ja und damit auch mal wieder ein zuckersüßes morgen und auf ein neues das war ein riesengroßer spaß das alles noch mal neu zu machen von dem bosskampf aus das könnt ihr euch nicht vorstellen ich habe jetzt glücklicherweise vor dieser ebene gespeichert also noch mal sollte mir das nicht passieren und diesmal werden wir etwas mehr auf uns aufpassen wobei wir können uns nicht heilen das ist ja das große problem da würde ich sagen ja gut die radde können wir noch mit mir machen max ist vom skill her jetzt schon relativ hoch okay dann brauchen wir steve nicht mal denn die aufgabe war nicht töte jedes monster ohne zu heilen die aufgabe war schließe die ebene ab ohne zu heilen und da wird schon den kristall haben ist hier der ausgang dann müssen wir dann sowieso hin ne kristall war das mondkristall transwappen ich jetzt nicht vielleicht war der mond stein wir haben auf alle fälle transwappen der will wieder fangen spielen hier ist eine sackgasse wunderbar später immer noch fangen mit uns das geht ja bei denen hat er dann bereit oder wird das sind aber zwei verschiedene kann das eine war ein captain und kein korsier reparatur pulver wie geil das gefällt mir doch dann holen wir uns noch die zwei kisten die dort sind und da hinten ist auch noch eine kiste jupi du ja gut da gehen wir dann jetzt die frei macht kristall das finde ich auch geil ich will zwar immer noch ein paar zerstörungs kristall aber macht kristall damit kann ich auch leben und da hinten scheint dann auch das atlamia zu sein gegen den zu kämpfen war zwar vielleicht ein bisschen sinnlos aber ich wollte den stein noch zerstören der hat nichts getroppt schade kann ich die kiste öffnen ohne kämpfen zu müssen kann ich nicht das war jetzt ziemlich bescheuert von mir dass ich zu steve gewechselt habe wenn ich von zwei solchen korsiers in die ecke gedrängt werde da müssen wir dann wieder zurückgehen damit er uns heilt da haben wir eine ganze 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 menge leben verloren das war schon leicht geklappt aber ja dann holen wir uns noch die letzte kiste die da hinten ist und dann ist da hinten auch noch ein gang wo wir nicht durchgelaufen sind das sollten wir vielleicht auch mal gucken ob da vielleicht auch eine kiste liegt oder so besetze ich nur gegner also vielleicht müssen wir da gar nicht rein das werden wir innerhalb der nächsten paar sekunden erfahren doch natürlich müssen wir rein ja gut dann holen wir uns halt noch die letzten drei kisten die da sind und dann kann es auch auf in die nächste ebene gehen haben wir die ebene recht schnell bestanden finde ich geil sowas also so lange dauert dieses dungeon hier jetzt nicht wir kommen hier verdammt schnell durch muss ich sagen im vergleich zu den sternlicht canyon oder zu den regenbogen schmetterling wald wo wir meistens so eine ebene maximal zwei ebenen pro part geschafft haben gut das haben wir besetzt hier in diesen dann schon auch nicht mehr geschafft also wir haben bis jetzt auch nicht mehr in diesen dann schon hier geschafft außer zwei ebenen pro part aber dennoch fühlt es sich weitaus schneller an und das ist ja immerhin etwas und was mir außerdem noch aufgefallen ist dass ich in der letzten oder vorletzten letzten oder vorletzten wort keine ahnung ich glaube es war der vorletzte part müsste das gewesen sein habe ich etwas gesagt was vielleicht leicht falsch war von wegen das kursier nämlich vor der gaspard wenigstens als gegner geil aussieht im vergleich zu ähm krim one oder krim sonn keine ahnung wie der krim one hieß der oder ja ich glaube der hieß krim one ähm ja und das kann ich ja eigentlich nicht wissen denn ich habe krim one noch nie gesehen ich habe jetzt gedacht der hätte monikas vater am anfang im ersten wort gekillt aber nein es war ja auch gaspard ohne heilen ziel erreicht jahre mit seiner scheiß candy frucht besiege alle gegner nun monikas mit mama magie ja dann gibt man monika schönes magi und spritzen das den gegnern die augen das wird wieder ein spaß werden monika sagt immer noch vor uns auch vom allerfeinsten na gut aber kann ja möglich sein dass ihre sekundärwaffe etwas besser ist als ihr schwert kein effekt what das liegt dann am wind attribut oder ja geil scheiße und gold arm schiene und flügelschuhe schöne luftige schuhe fühlst du dich leichter und ich weiß noch nicht ob die schuhe wirklich nur fürs aussehen sind oder ob die auch werte ändern wie zum beispiel geschwindigkeit müsste ich dann mal ausprobieren auf alle fälle wir haben jetzt nur die gold arm schiene als andere sekundärwaffe da können wir die quasi nur nehmen hat aber auch kein hä wieso hat mir das alles kein effekt was muss ich das jetzt verstehen ja gut dann kriegst du dich dann kann ich die gegner halt nicht nur mit meiner magie besiegen woran das jetzt liegt keine ahnung ich kann mir nicht vorstellen dass die rat ach scheiße warte mal nee status ich kann ja hier auch das attribut nicht ändern ich kann ja der waffe jetzt nicht auch attributlos geben dass die ohne attribut angreift das geht ja nicht hätte ich jetzt so gedacht dann sind die ratten vielleicht genauso wie die werwölfe im demonshaft bei dark cloud dass man die nur attributlos angreifen kann aber das kann ich mir nicht vorstellen verbiestig gegen solche schildkröten kämpfe ich nicht nicht mit monika da ist ein tod schon fast vorprogrammiert bledermäuse können wir denke ich mal probieren ja die gehen easy mit monika und was ist das dahinten das ist ein neuer mob der dark cloud noch nicht zu sehen war der hält aber auch verdammt viel aus jetzt muss ich aufpassen auf die schildkröte dahinten dass die uns nicht zieht ja der wechseln wir mal da wird er auch mehr der hat auch so noch genügend leben oh lol der zerfickt die ja vom allerfeinsten nice aber hat leider auch schaden fressen müssen und natürlichen teufel wieso auch nicht halbiert monikas gp ja natürlich so die wasserelemente die gehen eigentlich die halten zwar verdammt viel aus aber sonst können sie nicht besonders viel was ist das das ist eine ratte ok wir gehen erst mal auf die ratte denn ich glaube die ist schwächer als so eine statu ist sie scheinbar wirklich ich will jetzt nicht ok gut dann müssen wir die statu nicht mal oder vier und dann werden wir jetzt hier fertig das ist sehr gut denn ich weiß nicht ob wenn die statu mich mit dann hit trifft mehr so mir dann mehr als 26 leben abzieht richpot energie oh das ist sehr geil das ist wirklich geil da kann ich jetzt meine richpot energie nehmen und meinen richpot wieder aufladen da brauchen wir es jetzt nicht mal geil so gefällt mir das doch und nehme und eine leere schatz boah fickt euch doch aber sowas regt mich auf oh nein na gut wir nehmen die gift volle alles an ja super alles andere hätte mir auch nicht besonders viel schaden gemacht eine explosions volle bringt unsere leben auf 1 da kann man uns immer noch heilen wir haben denke ich mal genügend käse oder knusper brote und eine waffen vernichtungsvolle unsere waffe ist gerade eh nicht auf einer auf der besten gesundheit sag ich mal das hätte uns auch relativ wenig gestört und hier befindet sich auch überhaupt gar nichts mehr okay ich dachte ich hätte jetzt den stein habe ich auch meine falken augen übersehen sowas doch nicht reparaturpulver geil sowas will ich auch nicht übersehen so und das heißt dass hinten dann auch irgendwo der ausgang sein muss da geht's hoch hier ist der ausgang geil schutzkristall wieso können die mir nicht mal ein paar zerstörungskristalle geben was will ich denn mit den und leute draußen ist nacht alter das meer unter dem nachthimmel das sieht aber auch scheiße epic aus holy shit kleine fische die können wir zum angeln verwenden die karte die kommt jetzt etwas zu spät können wir die kiste noch öffnen kann man nicht das ist jetzt aber auch ein bisschen gefährlich würde ich sagen haben wir noch ein brot wir haben noch ein brot ja geil können wir den gar nicht mit unserem hammer killen farbe schwarz finde ich immer geil an unseren items hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen was verändert da ich ja neue truen bekommen habe als die die wir in der letzten folge dann bekommen haben wir heilen uns mal nochmal denn der hat mir gerade verdammt viel damage gegeben na toll sowas brauche ich auch überhaupt nicht ah ne das transwappen dahinten nein nicht transwappen ähm Adlamilia kein gegner das Adlamilia sollten wir natürlich noch mitnehmen so dann haben wir uns noch die letzte kiste die da hinten ist und dann können wir auch diese ebene verlassen ja und da könnt ihr dann auch sehen dass ich recht hatte mit dass dieses dungeon hier weitaus schneller geht als die anderen dungeon denn dann hätten wir drei ebnen innerhalb eines partes geschafft und das ist ja auch mal geil ich meine sonst nur eine ebene maximal zwei ebnen und jetzt haben wir plötzlich drei ebnen und je nach dem wie schnell die ebene also die nächste ebene jetzt noch rum geht könnten wir vielleicht noch vier ebnen schaffen das glaube ich aber kaum aber wir kommen voran und verließ verlassen erstmal speichern auf speichern sollte ich hier in diesem game jetzt doch etwas mehr achten denn einmal der einmal sterben und wir müssen von vorn beginnen solche spiele habe ich schon damals in so ja videothek ne ja kann man videothek nennen denke ich in so spieler arcade hallen genau gehasst wobei die sehr 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 viele mal noch 50 cent stücke bekommen haben so wieder kein training für monika da hätten wir die ebene eigentlich gar nicht mal verlassen müssen obwohl wenn max jetzt stirbt dann wäre es ja ein game over wenn wir jetzt die das dungeon nicht verlassen hätten ist aber wenigstens ein gutes training für max ist aber wenigstens ein gutes training für max der ist zwar schon ok aber er könnte noch stärker werden jetzt alter der war so ein wichser so ist doch uuuuuh wir haben auch noch eine ganze ganze menge synthese punkte hier drin angriff blitz exorzismus und schuppe 6 ja wir brauchen blitz wobei wir können einfach vier nehmen vier blitz vier exorzismus und vier schuppe äh spektrumieren vier blitz ja unsere letzten exorzismus oder exorzismus und vier schuppe und alles in die waffe rein machen wir uns immer ein bisschen stärker blitz könnte für die monster hier in diesem dungeon sogar sehr hilfreich sein oder schuppe ich weiß jetzt nicht ja doch blitz wird hilfreich sein denke ich mal gegen die wassermonster und schuppe wird auch hilfreich sein weil ich glaube nicht dass die das hier so eingestellt haben dass blitz gegen blitzmonster effektiv ist und da schauen wir mal ok hat jetzt relativ wenig gebracht aber auch eine tante medien die hält eine ganze 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 menge aus und stein splitter what splitter eines monsteins leuchtet dennoch hell damit können wir auch überhaupt nichts machen ah das könnte vielleicht ähm für eine tür oder sowas sein also wie ein knochenschlüssel in transhöde oder halt wie so ein stock in regenbogen schmetterlingwald das hat Lamia mal in der höhle das hat man aber auch selten bis jetzt oder gar nicht das hat Lamia war bis jetzt immer draußen glaube ich damit habe ich jetzt nicht gerechnet wie viel damage hat die uns jetzt gemacht das muss abnormal viel gewesen sein gut aber dann werden wir diese ebene dann in 31 alter witz mich verarschen mal schauen ob wir das jetzt noch überleben wir haben es überlebt aber dennoch ist das uncool was wir hier mit uns anstellt holy shit geht die ab trans wappen haben wir noch nicht bekommen ah das ist blöd na gut wir werden dann in der nächsten folge diese ebene hier auf alle fälle wiederholen also haben wir doch nicht so viel geschafft hier in diesem ort waren doch nur zwei ebenen sozusagen wieso denn nur die gefällt mir nicht alter das ist geil das ist sehr geil und mit unserer schnelligkeit haut monika die auch schnell weg ja trotzdem zu viel damage gemacht da will ich lieber gegen solche wasserelemente kämpfen die sind wenigstens noch cool wenn wir sie denn auch treffen alter was geht denn jetzt hier ab aber wenigstens hört das game auf mich dann ist noch ein wasser element und ne karte das gefällt mir denn soviel haben wir jetzt auch noch nicht erkunden können die halten aber auch ne ganze menge aus und ne meme das war mir schon fast klar auch noch ein könig oder was natürlich 6 und alter also ich denke mal der meme könig ist für uns nicht geeignet ich habe ne idee naja tolle idee das ist ein gegner ja 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 leht ja 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 Ich fühle mich gerade leicht verarscht. Ach so, wahrscheinlich... Nee, kann es wirklich sein, dass es kein Effekt ist, wenn die Waffe zu schwach ist? Weil es könnte gerade sein, dass ich den Damage gemacht habe, weil ich den Stärketrank geschluckt habe. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Waffe so schwach ist, dass es am Gegner keinen Effekt macht. Klicken wir noch so ein Knusperbrot. Geil, geht unser kompletter Heal weg. Ich meine klar, Monika ist schon gerade sehr schwach. Aber so schwach, dass es null Damage am Gegner macht, das kann ich mir nicht vorstellen. So unter Level darf Monika, kann Monika einfach nicht sein. Hier hinten ist nichts mehr. Auf der anderen Seite war auch nix, oder? Da sehe ich bis jetzt nur Gegner. Da sind scheinbar auch nur Gegner. Dann geht es jetzt wieder hier rein. Okay, ja, da waren nur Gegner. Dann geht es hier rein und da hinten ist wirklich eine verschlossene Tür. Dann wird dafür der Mondkristall sein. Oder der Mondkristall splittert. Ich darf nicht so viele Bomben verschwenden. Die brauche ich noch. Warte mal. Ein Hindernis versperrt den Weg. Aha. Sehr kreativ. Deine Ernst? Oh Gott. Ein paar grobe Steine. Ja, kann man immer gebrauchen. Ist was Feines. So, und wo ist jetzt der Ausgang? Da hinten, oder wie? Ne, da ist der Eingang. Ach, da ist der Ausgang. Okay. Hier waren wir schon. Armbandreparaturpulver ist auch immer gut. Wenn das Armband denn nur Schaden machen würde. Kann ich ja jetzt mal beim nächsten Gegner probieren. Gut, wir machen aber auch verdammt wenig Damage. Ja, gut, vielleicht ist das wirklich... Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Warte mal. 35 Angriff. Ja gut, wenn wir aber auf unsere anderen Waffen gucken. 71. Unser Armband ist wirklich verdammt schwach. Da würde ich sagen, beende ich jetzt den Part und trainiere offscreen einfach, oder? Ja, würde ich sagen, wenn ich jetzt den Part und trainiere offscreen, dann einfach mal ein bisschen. Wollten wir eigentlich hier im Dungeon machen, aber wenn das Armband jetzt von Monika jetzt wirklich so schwach ist, dass es einigen Gegnern kein Damage mehr macht, dann glaube ich, braucht Monika wirklich ein bisschen Training. Na ja, werden wir dann denke ich mal so in Regenbogen-Schmetterling-Gold. Ich schaue ich mal, wo ich trainieren werde. Wenn ich da irgendwas Neues schaffe oder bekomme, kann ich euch das ja dann sagen. Ich werde das jetzt auf alle Fälle alles offscreen machen. Das müsst ihr nicht sehen. Das kann einige Stunden dauern und das ist ja auch langweilig für ein Part zu sehen. Klar ist es auch, wenn man in einer, in 100 Ebenen Dungeon rumläuft, wie in Dark Cloud im Dämon-Cheft. Aber da habe ich es ja in Timelapse gezeigt und das gehört dann einfach zu den Game-Fortschritten mit dazu. Aber trainieren, ich denke mal, man könnte das Game bestimmt auch irgendwie durchspielen, ohne extra in Ebenen trainieren zu müssen. Oder? Habe ich das geschafft? Ich glaube, ich habe auch damals trainiert. Aber bestimmt schafft man das auch, ohne extra trainieren zu müssen dafür. Egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn wir bekommen, ich sage, was Nikes. Und in der nächsten Folge werden wir dann in diesen Dungeon die Tante Medusa uns wiedersehen, wo wir dann versuchen, mit Max seiner Schusswaffe alle Monster zu besiegen. Bis dahin, euch noch ein zuckersüßes Tüdel. Und ciao. XD Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.